Zum ersten Neujahrsempfang hatte die Volksbank Pinneberg-Elmshorn-EG in das Elmshorner Dienstleistungszentrum eingeladen. Mehr als 200 Gäste waren dieser Einladung gefolgt. Die Vertreter aus Wirtschaft und öffentlichem Leben wurden von den Vorstandsmitgliedern Dr. Horst Alsmüller, Uwe Augustin und Stefan Witt gegen 19 Uhr persönlich begrüßt. Mit Ihrem Vertrauen in uns als Volksbank Pinneberg-Elmshorn haben Sie sich für unsere Werte ausgesprochen. Vertrauen, Nähe und Verlässlichkeit. Dass Sie als Mitglieder und Kunden diesen Vertikamon hoch schätzen, belegen unsere Zahlen. Im vergangenen Jahr wurden 1691 neue Mitglieder Teil unserer Volksbank-Familie.